Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Willkommen beim heutigen Sprint. Das wird wieder ein fantastisches Wochenende. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Latifi und Ralf Boschung. Und jetzt wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Okay, now that we've got some good points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Okay, so let's go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tyres and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. We need to make sure the Cuillon ist. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank, Leute. Das bringt dich zu einem Platz. Vielen Dank. 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 And gap to the car in front is 2.4 seconds. Come on, you can win that place back. Okay, so we're leading our teammate by 5.3 seconds. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Okay, 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 gap ahead is 3.5 seconds. We'll be right back. The underbody is taking a little damage, just watch out for it. Der Rear Diffusor hat ein paar Dämmen, er wird definitiv fühlen die Effekte von hier an, ich glaube. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihr könnt es starten zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Charles Leclerc, der momentan die Meisterschaft anführt, baut seinen Vorsprung mit diesem Resultat noch weiter aus. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Die Startausstellung steht jetzt also fest und wir freuen uns auf ein fantastisches Rennen. Schalten Sie morgen wieder ein, um live mit dabei zu sein. Und bis dahin sage ich Tschau und bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020